Herzlich willkommen zur Audio-Einführung des Badischen Staatstheaters zu Sophocles Antigone. Als kleine Vorbereitung auf den Theaterabend im kleinen Haus erzähle ich Ihnen im Folgenden ein bisschen was zum Stück und zur Inszenierung von Anna Bergmann. Die Regisseurin Anna Bergmann ist hier am Haus keine Unbekannte. Antigone ist bereits ihre dritte Arbeit für Karlsruhe. Sie könnten von ihr schon die Oper La Bohème oder drei Schwestern im Schauspiel gesehen haben. Und künftig, Sie haben es sicher längst gelesen, werden Sie noch viel mehr von ihr zu sehen bekommen. Ab kommender Spielzeit ist Anna Bergmann nämlich hiesige Schauspieldirektorin. Mit Sophocles Antigone hat sie sich die Tragödie schlechthin vorgeknöpft. Vor rund 2500 Jahren in Athen bei den großen Dionysien uraufgeführt und aktuell auf vielen Spielplänen zu finden. Allein 13 Neuinszenierungen von Antigone an Theatern in Deutschland gab es vergangene Spielzeit. Parallel zu unserer Erarbeitung, die am 8. April 2017 Premiere feierte. Einen Innovationsorden gibt es für diese Spielplanentscheidung also nicht zu gewinnen. Nichtsdestotrotz würden wir uns aus gutem Grund wieder für diesen Text entscheiden, da der Antigone Stoff Fragen aufwirft, die gerade einfach bestens in die Zeit passen. Was darf der Staat von seinem Bürger verlangen? Wo sind Grenzen der Selbstbestimmung des Einzelnen? Vielleicht aber auch, wie schwer kann ein von Menschen für Menschen erlassenes Gesetz überhaupt wiegen, wenn man denn, so wie Antigone, davon ausgeht, dass es auch noch andere Instanzen gibt, die Gesetze erlassen? Das sei erstmal unkommentiert dahingestellt. Kurz zum Inhalt Bei Sophokles stehen sich mit Creon und Antigone zwei radikale Positionen gegenüber. Das Stück ist sogar so sehr auf die beiden zugeschnitten, dass des Öfteren vom Zwei-Personen-Drama die Rede ist, obwohl sie gleich mit unserem neunköpfigen Ensemble, Statisten noch nicht eingerechnet, eine wesentlich größere Besetzung erwartet. Zu diesen zwei Positionen. Der eine, Creon, verbietet als Herrscher aus politischen Gründen die Bestattung eines Landesverräters. Die andere, Antigone, verstößt bewusst gegen dieses Gesetz, weil sie es für falsch hält und der Meinung ist, dass das Gebot der Götter über dem der Menschen steht. Und dieses Gebot der Götter besagt eben, dass bestimmte Beerdigungsrieten einzuhalten, ja, sogar Pflicht sind. Die Lage verschärft, das wissen Sie vielleicht, dass es sich bei Creon um Antigones Onkel handelt und dass es bei dem Leichnam, über dessen Behandlung die beiden sich bis zur tödlichen Konsequenz uneins bleiben, um Antigones Bruder Polyneikes geht. Eine große Thematik also. Im Zusammenhang mit Antigone wird oft auch von der Entstehung bürgerlicher Subjektivität gesprochen und vom Übergang von antikem Familienrecht zum Strafrecht der Modernen. Bei der Fülle an Anknüpfungspunkten, die allein dieser Grundkonflikt liefert, gibt es entsprechend viele Bearbeitungen. Mindestens 40 Dramen beschäftigen sich mit Antigone als weiblicher Widerstandsikone, an die 60 Musikstücke, davon 30 Opern, unzählige Verfilmungen und natürlich literarische wie wissenschaftliche Publikationen noch und nöcher. Und immer wieder erfährt auch Sophocles Vorlage selbst neue aktualisierende Darstellungen im Kontext politischer Zeitgeschichte. Zwei Beispiele seien genannt. Zum einen Berthold Brechts Bearbeitung, die 1948 im besetzten Nachkriegsdeutschland herauskam und die Analogien zwischen Creon und Hitler, Argos und Stalingrad aufzeigt und zum anderen die von Heinrich Böll, der die Selbstmorde von Bader und Meinhof zum Ausgangspunkt seiner Bearbeitung nahm, um mit Antigone den Terrorismus in Deutschland zu thematisieren. Wobei es tatsächlich auch eine Gruppe der RAF gab, die sich Rote Antigonis nannte und es für ihren Auftrag hielt, Rache zu üben für die Weigerung der Regierung, die Leichen von Bader und Meinhof an ihre Familien zurückzugeben. Das aber nur nebenbei. Dies hat nichts konkret mit einer Bergmannsinszenierung zu tun. Aktuell fallen einem etliche weitere zeitgeschichtliche Vergleiche ein. Creon scheint geradezu der Prototyp eines Politikers zu sein, der einmal an der Macht, der Hybris erliegt und die Fäden aus Angst, sie könnten ihm entgleiten, vollkommen überspannt. Im Grunde bis sie zerreißen. An aktueller Sekundärliteratur mangelt es entsprechend nicht. Ebenso wenig an Übersetzungen. Für die Inszenierung am Badischen Staatstheater hat sich das Regie-Team bestens auf die von Kurt Steinmann einigen können. Sie ist zuletzt 2016 im Reklamverlag in einer neuen Ausgabe erschienen und sprachlich besonders griffig heutig und erhält zugleich die berühmten Sprachbilder von Sophocles. Dennoch haben wir ordentlich gekürzt. Der Abend dauert eine Stunde und 40 Minuten ohne Pause und gekürzt wurde mit Fokus auf die Familientragödie. Denn Anna Bergmann denkt in ihrer Inszenierung ganz besonders die düstere, familiäre Vorgeschichte Antigones mit. Dazu daher noch ein paar Worte mehr. Denn alles, was im Stück geschieht, resultiert mehr oder weniger aus dem sogenannten Fluch der Laptakiden, der auf dem Königsgeschlecht Thebens, zu dem Antigone gehört, lastet. Mit ihr und ihren Geschwistern Ätheokles, Polynaikes und Ismene erreicht der Fluch der Laptakiden die vierte Generation. Er geht zurück auf ihren Urgroßvater Laptakos, König von Theben, der früh stirbt und die Herrschaft an seinen Sohn Laios übergibt. Dieser bringt die Götter gegen sich auf, als er sich im Exil in Pelops Sohn verliebt und ihn in seinem Gefühlswahn nach Theben entführt. Das missfällt dem Vater des Jungen natürlich, weshalb Pelops Laios daraufhin verflucht. Niemals solle er einen Sohn haben und wenn doch, solle dieser zu seinem Mörder werden. Später heiratet Laios Iokaste und als sie ein Kind von ihm erwartet, bestätigt das Orakel von Delphi ihm den Fluch des Pelops. Es prophezeit ihm, dass sein Sohn ihn umbringen und mit Iokaste die eigene Mutter heiraten wird. Es folgt die berühmte Geschichte von Oedipus. Allen Vorkehrungen zum Trotz erfüllt sich die Weissagung des Orakels. Er erschlägt Laios, ohne ihn als seinen Vater zu erkennen, und zeugt mit seiner Mutter wie Ehefrau Iokaste vier Kinder. Antigone und ihre Geschwister. Als die Zusammenhänge bekannt werden, erhängt sich Iokaste und Oedipus, sticht sich selbst die Augen aus und lässt sich aus Theben verbannen. Da Polyneikes und Itheokles zu diesem Zeitpunkt noch zu jung sind, übernimmt Creon ein erstes Mal vorübergehend die Herrschaft. In regierungsfähigem Alter geraten die beiden Brüder dann in Streit um den Thron. Zuvor gab es die Abmachung, sich im Jahresturnus als Herrscher abzuwechseln. Doch Itheokles hält sich nicht daran, was Polyneikes dazu veranlasst, mit Unterstützung des Königs von Argos gegen Theben zu ziehen. Das ist nochmal ein eigenes Stück, Sieben gegen Theben, zugleich aber auch Ausgangspunkt der Geschichte, die Sie gleich im kleinen Haus sehen werden. Und dieses soeben umrissene Gesamtpaket an Schuld, Inzest und düsteren Geheimnissen, diesen ganzen seelischen Ballast, der sich über die Generationen sicher tief in eine Familienpsyche hineinfressen kann, den inszeniert Anna Bergmann mit. Während der Probenzeit haben wir, Anekdote am Rande, mal einen Vormittag lang mit allen eine Familienaufstellung gemacht, um dieses Dickicht an Problematiken auf andere Weise zu visualisieren. Dabei wurden auch alle Totenfamilienmitglieder mit aufgestellt. Teilweise sehen sie die auch gleich auf der Bühne wieder. Zum Beispiel Antigonus' Brüder, Itheokles und Polyneikes, die gleich zu Beginn sterben, treten immer wieder auf. Begraben oder nicht begraben, tauchen sie als mahnende Untote, als Wiedergänger auf und verfolgen Creon, begleiten aber auch Antigone gedanklich. Eine andere Besonderheit der Inszenierung ist, dass Anna Bergmann mit Varianten der dramatischen Ereignisse spielt. So wie Sophocles mit seiner Antigone auch nur eine Ableitung von mythologischen Vorstellungen festgehalten hat, greift die Regisseurin die variablen Stelle des Mythos auf und deutet an, dass die Dinge auch anders verlaufen sein könnten. Alternative Geschichtsschreibung oder gar Geschichtsfälschung sind im Hinblick aufs politische Setting dabei ganz treffende Schlagworte. Passend zur Vorgeschichte der Familie verfrachtet Bühnenbildnerin Katharina Faltner die Herrscherdynastie in einen Betonpalast, der sich geradezu selbst zersetzt. Das Repräsentative der politischen Funktion lässt sich im Grunde nur noch an der Oberfläche wahren, darunter brodelt und gärt es. Alles, was die Herrscherfamilie zu deckeln versucht, befindet sich darunter und lässt sich irgendwann nicht mehr länger im Verborgenen halten. Die Psychologie der Familie, inklusive Albträume, Horrorvisionen und Zwangshandlungen, unterwandert das Zentrum der Macht. Abschließend seien noch ein paar weitere Menschen aus dem Regie-Team erwähnt. Zunächst Sibylle Wallum, die mit Kostüm wie Maskenbild die Mitglieder der Familie einmal mehr auch über ihre physische wie phänotypische Erscheinung miteinander verbindet. Aufwendig geklebte Stirnklatzen gehören beispielsweise dazu. Dann Heiko Schnurpel, der dem Abend ein feingeschliffenes Sounddesign auf den Leib geschneidert hat. Und Sebastian Pircher, zu dessen Arbeit als Videokünstler unter anderem das Inszenieren von mehreren Live-Kameras auf der Bühne gehörte, die unsere Ensemble-Mitglieder Luis Quintana und Jonathan Bruckmeier bedienen. Das war's vorab. Ich wünsche Ihnen einen packenden Ausflug nach Theben.